Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und meiner Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Pure Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Nehmen Sie Tabletten oder sonstige Beruhigungsmittel? Ab und zu eine Schlaftablette, hin und wieder ein Schlückchen Wein und nachts Ohrstöpsel. Welche? Oropax. Hallo! Kommst du mit? Woher? Mr. Klaasin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020